Mein Name ist der Herr Wolf. Ich komme von der Firma Kakonio Energy, einem namhaften Hersteller von Solarwechselrichtern. Meine Funktion dort ist seit kurzem Lean Manager. In diesem Kurs Lean Basics habe ich sehr viele Instrumente kennengelernt, um den Lean-Gedanke in die Firma zu tragen. Sehr interessant war die spielerische Erarbeitung der Umstellung einer abteilungsorientierten Fertigung in eine Linie. Sehr wichtig für mich ist das Thema Kanban. Hier bin ich in der eigenen Firma dran, hier Projekte umzusetzen. Ein weiterer wichtiger Punkt für mich ist die Projektdurchführung, wichtige Erkenntnisse für mich, das Projekt in Phasen aufzuteilen, die Auftrennung in Logistik und Prozess. Ich halte Lean absolut für notwendig, um in Zukunft am Markt bestehen zu können. Für mich ist es sehr wichtig, auch hier noch weitere Themen intensiver zu erlernen, zu erarbeiten, um das in der Firma umzusetzen.